Hallöchen zu einer neuen Runde Regenbogen 6 Aber wen begrüßt du den Regenius, wenn du nicht sagst Hallöchen alle zusammen? Ja, die, die jetzt zugehört haben. Ah. Also alle, die jetzt zugehört haben... Die haben... Kevena. Und die hat drei Drohnen getötet. Ne, zwei. Und eine bewegt sich nicht. Ich fährt draußen. Toll. Drakki, die Blumen ist jetzt hoch, rechts Treppe hoch, aber... Da ist Kavena. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. So, wir sind übrigens wieder zu dritt. Ne, weil wir haben... Monsieur... Also echt, noch hat er sich nicht bewegt. Njospi hat mitgeschliffen. Kann man da... Drakki, noch hat er sich nicht bewegt. Echt nicht? Ne. Die Bombe wurde lokalisiert. Ah, hat die Bombe gefunden. Der hat sich nicht bewegt. Das ist auch eine Kamera gewesen. Ja, aber seine Kamera hat sich am Anfang auch nicht bewegt. Ey, ich bin oben drin. Ich bin unten. Also jetzt nicht bei der Bombe, aber oben. Ich höre sie überall noch rumrennen über mir. Ey, die Wand, die ich gerade aussprengen wollte, ist verschwunden. Überall, über mir sind Fußstabs. Überall, über mir sind Fußstabs. Ja. Ja, sie war da drin. Da ist sie. Nice one. Ja. Ui. Hat sich geducket. Puh. Also wenn mich die irre, haben wir jetzt drei Folgen schon aufgenommen. Das ist jetzt Folge 4, richtig? Wie? Ja. Gut. Wenn ich mit meiner Zettelwirtschaft klarkomme. Nicht, dass sie wieder auf Versehen anfangen zu streamen. Ja. Ne, ne, da komme ich ja nicht ran. Da kann ich höchstens wieder anfangen zu streamen, wenn ich aus Versehen... Also ich könnte aus Versehen anfangen zu streamen, wenn ich die Aufnahme beende. Weil die Knöpfe ineinander liegen. Ah. Hm. Ich weiß gar nicht, welchen Ordner ich gerade aufnehme. Ich top in den WoW-Ordner. Ne, ist ja egal. Kann ich ja verschieben. Also ich nehme immer den gleichen Ordner auf und schieb dann. Ähm. Boah, die Amos. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja, bist du und nun? F und G liegen direkt nebeneinander. Und dann raten wir, wer gerade nicht geworfen hat. Du? Du mein geliebter Otter. Ja. Ich könnte hier noch ein paar Wände gebrauchen bei B. Oder bei A, je nachdem wo ich gerade bin. Ich habe mich hingeguckt. Oh Gott. Alle Fenster sind offen, ne? Nö. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich habe schon Schritte über mir. Okay. Also pass auf, dass sie nicht von oben kommen. Ins Badezimmer könnten sie kommen. Weiß das nicht rein, ne? Ja, warte. Ich wurde gerade eingeschlossen. Ich habe immer noch Schritte über mir. Ich habe einen Twitch. Auf jeden Fall. Ich habe einen Twitch. Ich habe einen Twitch. Glückwunsch. Ich habe einen weg. Ich habe lieber nur noch ein Leben. ist das genug Cover me, reloading Ich hab mal ein Ammo angezogen, weil ich hab nur noch ein Leben übrig. Fuck, auf meiner Position. Jo, hab ich gesehen. Das ist, äh, 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 Twitch. Die letzte. Na ja, logisch. Jetzt hab ich mein eigenes Alibi angeschossen. Hinterm Regal, hinterm Regal. Ja, wie gesagt, ich hab nur noch ein Leben, vielleicht nicht stören. Wechsle das Magazin! Oh, schau dir mal das an, ich hab nicht getroffen, nicht getroffen, zurückgerannt. Ui, das war klasse, ui, du Ratte, ui, das war klasse, du Ratte, du Ratte. Kurz beruhigend. Ui, das war schon mit allen möglichen Pelle, wo ich den Tisch gehüpfte. Deswegen hab ich grade aufgeräumt, wo ich außerhalb im Stream gestartet hab. Also je nachdem, wie blöd wir uns jetzt anstellen, können wir danach locker noch ne Runde aufnehmen. Ja. Ich würd sagen, wir gucken beim Aufnehmen immer so, dass wir zumindest eine Woche vollkriegen und dann einfach was der Rest. Solltest wir definitiv drei Folgen haben und dann gucken, was wir haben. Wobei, jetzt, ich hab momentan, ich schneid nachher... Also ich hab jetzt noch sieben auf Lager, davon ist eine... Ne, stimmt, davon kommt die erste, ähm, morgen. Okay, gut, ich hab noch mehr auf Lager. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich ne Scheiß-Folge finde, eine aus. Genau. Also ich hab... Ich hab glaub neun. Wie gesagt, also sieben noch auf Lager, plus wenn wir jetzt noch drei machen, sind wir bei, äh, elf. Achso, du, du rechnest die von heute raus, ja dann haben wir ungefähr gleich viel. Jaja, die von heute hab ich erstmal rausgerechnet, Doc. Ähm. Naja, die haben Vigil. Bin mir relativ sicher. I think they've got Vigil. Ja, meine Drohnen wurde nämlich quasi aus dem Nichts beschossen. Ups. Wigil, Kapkan haben sie auch. Kapkan. So, I think Wigil and Kapkan. Ne, Kapkan hab ich gesehen, der ist auf jeden Fall sicher. Ja, 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 einfach nur. Jus. 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 Er hat absolut keinen Plan davon. Jus. Girl. Der ist auch keine Ahnung von seinem Charakter? Jus. V booked. � at prachtest sortiert. cet sp red molto delle proteine voran? Ich weiß nicht, da... ausstanden sie glauben wir direkt in dem raum rechts um die ecke der wand dran hinter dem war noch eine kamera oh gott wie war da noch ein du musst auch noch ein leben das ist aber nicht ein trend heute ja eine runde kann man hier können und heißt eine runde können und anstandsleben so jetzt müssen wir gewinnen dürfen wir nicht gewinnen warum weil ich das mvp bin ja wenn es mir auch gar nichts ne dir gönn ich heute keinen dritten mvp fucking hat mein problem ist ich will mal wieder mvp ein schracki lasse ich auch mal zweiter werden du bist kacke also die letzten wow da war ein lag das letzte mal hat mich quasi vom ne warte mal da der runde habe ich auch den letzten was sagt er was sagt er was ist eine t-shirt kanone kennst du nicht diese druckluftpistolen wo du t-shirts vorne rein das wäre cool zuerst doch kennst du echt keine t-shirt kanonen doch jetzt jetzt wort sagt weiß ich was es ist ok hätten hier zugemacht was tut ja so ich bin wieder auf meinem platz ich habe uns für deine kühlers da mal ein loch reingeschlagen damit sie die raus gucken können mal gucken ob sie wieder twitch haben führer schüsse und gut die richtung ja die haben aber eigentlich griff darüber der gott witscht halt ne warte mal geht gar nicht vergesse vorher ist es doch richtig die können wir twitch haben und angreifer ach so ok das wird ich habe jemanden mit roten Schoen ah direkt da vor der Tür das war es in der franzkei montagne der franzkei zwitscht raki ne montagne bei mir war montagne ok der franzkei twitch ja und heißt aber auch franzkei ist auch twitch der dionate darf nur normalen kill kriegen kein headshot das ganze wie der franzkei 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 wenn wir die runde gleich gewinnen dürft ihr alle bei weed auf den kanal gehen und ihn haten für dieses eine video wenn dionate noch ein kill macht dann ist es vorbei für mich das ist richtig das ist richtig deswegen bin ich dafür dass wir nochmal eine runde spielen oder es ist ja eine machen wir noch ist er gerade bei halb nein in dem in dem match achso in dem match das war der mvp mann 30 punkte mann ja wenn es gut ist wenn du weiter schießt tschüss ja damit ist der weed mal wieder nicht mvp gewohnt und wir sehen uns in der nächsten runde wieder bis dann tschüss tschüss